ähm zumindest könnt ihr dann auch den charakter machen also zumindest gibt dann den code wie jemand dieses gm zeichen alles hinbekommt und dann würdet ihr die rechte bekommen für diesen server aber natürlich immer noch das recht dass ich eben euch dann auch zur not eben das wieder alles wegnehmen könnte ein flammenwerfer kann es mit eisschmelzen verwendet werden dass das nicht irgendjemand diesen kosten aufgerockt und ausnutzt so und dann eigentlich kann es dann auch schon losgehen ich denke da würde ich dann den server aufmachen und da kann dann lustig gespielt werden wenn ihr sich entschieden wird für sacred islands den server zu machen dann ist gleich schon mal von einfach an eben gesagt ein einziger cheat den erlaube ich das ist ja man kann so sagen gleich aber wenn man zum beispiel als magier spielt kampf magier da ist ja die möglichkeit nicht gegeben dass man eben mit zwei waffen spielen kann also zwei waffen kampf ist ja zwei waffen in der hand dazu und dafür gibt es ein trick ähm auch so ein charakter editor da kann man das machen so mit der einzigsten an haus also anforderungen wenn das jemand machen möchte für am tier glaube er hat auch die zwei handwaffen es wird nur eingestellt die fertigkeit zwei handwaffe und auch nur auf eins sei mal ehrlich ich meine das für den spiel spaß echt runter zu geben wenn da jeder dann hier sich die ganzen sachen hochskillt und wenn ich das auch mitkriege da werde ich den auch verwarnen und dann bei mehrmaligen eben auch rauskicken weil das soll eben ein server sein wo wirklich auch ein bisschen eben hergespielt wird und das ist das einzige was ich so erlaube also nicht dass da irgendwas mit leveln keine ahnung 50.000 da rumrennt das macht echt viel spaß wenn es da solche leute gibt also das ist das einzige was ich so erlauben würde natürlich auch damen und so was dass die farbisch gemacht werden nur eben nicht hinten mit diesen gm das würde ich dann dementsprechend verbieten weil das gibt es ja wie gesagt an der zwei da würde ich extra auch noch ein forum aufmachen wo dann diese zwei vielleicht noch drei oder vielleicht nur eine mal gucken die ms dann da stehen an denen man sich auch wenden könnte ja das ist so das was ich bei secret 2 irgendwie vor hatte soweit als ich das nicht mal weiter let's play das würde auch nichts mal bringen also ich meine das würde auch nicht wirklich mal was bringen so jetzt bin ich mal hier oben genau hier wollte ich mich eigentlich immer hoch weil hier haben wir mich oben sachen vergessen oh ja sehr viele sachen haben wir hier oben vergessen oh 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 ne die zu viele dann machen wir uns jetzt rück so scrapland 2 scrapland? scrapland war es noch gewesen nicht scrapland 2 m das habe ich ja auch abgebrochen das projekt ähm hat mir meines erachtens eigentlich sehr viel spaß gemacht das spiel aber es gab dann probleme mit der umschaltet hast auch mensch so verzeihung jetzt wieder das hier kennt man ja schon ähm das wird mir noch öfters passieren ja da hatte ich probleme gehabt mit den entwicklern von scrapland und da gab es dann im ende keine probleme mehr die haben mir das bestätigt dass ich das darf aber dann irgendwann kam dann die gema dazu und meinte irgendwie da auch ihren senf dazu zu geben warum auch immer und wollte eben dass ich das video raus nehme also da habe ich dann ein paar einzelne videos raus genommen habe mir dann irgendwann gedacht ey komm leck mich doch immer am arsch gerne am kopulchen ähm da habe ich echt keine lust mehr drauf und habe dann das komplett abgebrochen weil bevor ich mir da noch irgendwie einen haufen stress einhandel muss ja auch nicht sein wenn dann hier mein kanal gesperrt wird habe ich das dann eben abgebrochen das letzte play die videos sind auch noch oben wenn es da irgendwelche probleme gibt dann mache ich von mir aus auch alle raus wenn ihnen das da so lieb ist aber das wird es natürlich auch nicht mehr weiter geben und im dungeon quest das spiel das ist ja von anfang schon klar gewesen dass das nicht so übergehen wird das hat mir nicht so wirklich spaß gemacht jetzt haben wir das doch oben gar nicht gelegt ah den krieg mal na toll falsche waffe auch noch was haben wir noch a secret 1 haben wir ja angefangen da war natürlich das problem gewesen weil ich ja den pc der war ja schon mal dieses jahr kaputt gelesen dass da ich die speicherstände nicht gespeichert habe ich bin jetzt auf eine externe festplatte weil somit waren die auf dem pc drauf gewesen und die haben natürlich meine ganze festplatte gleich mal wieder rene gemacht weil da irgendwas nicht in Ordnung war und ja somit waren auch die speicherstände weg gewesen so wir sind eure Ebene waren da auch die speicherstände weg gewesen ja das wird auch vielleicht ja wenn ihr euch entscheidet jetzt müssen wir hier ein bisschen was überlegen wenn ihr euch da entscheidet dann können wir ja wie gesagt im secret dann auf dem server weiterspielen ähm da werde ich natürlich dann auch noch mal extra ein tutorial machen ähm wie ihr nun euch entschieden habt irgendwie auf dem secret 1 oder 2 ähm wie man sich dann nun auf dem server einloggt wie man das machen kann weil das wird ja dementsprechend ein privatserver sein das werde ich dann alles noch erklären soo na da mache ich wie gesagt noch ein extra video er braucht das nicht hier unter den kommentaren zu schreiben mit diesen secrets da mache ich noch ein extra video wenn die zeit gekommen ist dann muss ich mich jetzt wie gesagt das mit dem großen recht aufmachen und da muss ich auch noch ein bisschen was vorbereiten und mich noch ein bisschen erkundigen weil ich dann noch nicht alles raus habe wie alles geht zum Beispiel die gm rechte da habe ich zwar schon einiges raus aber da gibt es immer noch so Sachen wo ich sage hm das könnte noch besser laufen soo 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 mehr Projekte hatten wir ja dieses Jahr gar nicht soo 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 eigentlich ein schönes spiel mal so viel Zeit vertreiben soo soo oh soo ja und jetzt im moment nehme ich halt dieses Chess Jacket auf wo ich komme mit dem Namen eigentlich schon schwer vor Chess Jacket jetzt habe ich es noch jetzt muss ich nochmal verrichtigen man da wird bestimmt nur so ein Teil ne da kommt wieder hier hä ah hier so ein Teil ist das soo Zuckerspiegel das ist sehr praktisch Jetzt kann man mich auf die Gegner einfach durchspringen und auf die Kisten und uns passiert da nichts mehr. War hier auch ein Endboss? Ich glaube nicht. Kann man hier trotzdem hoch? Einer kriegt man. Und der dritte auch. Schade. Ja, das Spiel wird hier auch nicht so lange gehen, also ich denke mal... Ähm, vielleicht 30 Folgen, wenn überhaupt, vielleicht 20 Folgen. Na, kommt der da hoch? Wo kommt der da nicht hoch? Klar kommt er hoch. Oh! So, natürlich, die Münzen sind auch mal noch mit eingesammelt. Jawohl, ein Leben. Super Geheimnis! Ja, finde ich auch. Hier ist doch bestimmt auch noch ein Geheimnis. Ah, wusste ich doch. So, wie kommt man jetzt wieder raus? Ach, da waren wir gerade, ja. Ich dachte, hier haben wir noch eins. Ja, da ist hier ein Bug drin, da muss man uns leider treffen lassen. Ah! Ist noch knapp. So, was hatten wir jetzt die Kisten? Ach ja. Wir wollen natürlich wieder alle Münzen einsammeln. Aber so nicht. Schaut man das? Ja. Das sind aber überhaupt keine Münzen, aber ich habe gerade noch irgendwo eine gesehen. Hier oben, genau. Die schaffen wir doch. So. Komm, die müssen wir holen. Ach, nee, oder? Nee, da müssen wir wieder hoch. So. So. Perfekt. So. Hier brauchen wir nichts wieder holen. Ja, da die Frischte. Ja, komm, wir müssen noch mit. Und? Jawohl. Wir haben, wir haben sogar ein bisschen mehr. Ich habe manchmal das Gefühl, weil, ähm, der Jess, der kommt manchmal nicht an Sachen, aber ich habe das Gefühl. Irgendwann wieder Spatz zum Beispiel. Spatz? Was? Spatz? Keine Ahnung. Ähm, und deswegen kriegt man manchmal vielleicht den Level sogar mehr Münzen als wir eigentlich brauchen. So habe ich manchmal das Gefühl. Das Spiel außerdem, das will ich mal einfach mal so zusammen, das ist kostenlosen Download zu verfügen. Also, man kann es kostenlos Download noch spielen. Und ich weiß, dass es davon eine, ähm, habe ich das drei jetzt gerade hier rumliegen? Nee, das liegt auf dem Schreibtisch, schade. Ähm, dann gibt es nämlich da noch eine Spezialedition, wo man so einen gelben Hasen noch mitspielt. Das ist wahrscheinlich die, ähm, ne, die Freundin ist es nicht. Da unten ist Schnellfall oder so. Wir freuen uns natürlich. Ähm, wir freuen uns nicht die Siegermilch am Ende des Spiels. Wir haben auf jeden Fall noch sehen. Ähm, wahrscheinlich auch ne Kumbelino oder sowas, wie man das sagen kann. Ähm, die den da mitten bis auf der Reise unterstützt. Oh, ein Endgegner. Ich wusste doch, hier ist einer. Und wir haben natürlich hier unseren Papageien noch, der uns da noch ein bisschen mit hilft. Ah, der scheint noch ganz leicht zu sein. Das wird dann noch zum Ende hin noch viel schwerer. Ja. Dieser schwarzen Gaut ist toast. Ja. So. Da drück ich jetzt gleich mal auf Pause. Genau, mal kurz auf Pause ein bisschen. Ja. 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 Ja.